ähm habt ihr habt ihr einen fehler bis jetzt entdeckt ihr sagt bestimmt nein ist doch kein fehler drinnen aber guck mal yo leute was geht ab hier ist memo 27 wieder am start mit neuen video ja viele von euch kennen diese musik und wir wollen mal heute zusammen gucken halb die machen ein cover und und singen halt und ich hab mal ich hab das video ungefähr tausend mal angeguckt und ich hab mir das wirklich tausend mal angeguckt ich hab paar fehler entdeckt bei die zwei ich hab richtig bei die zwei ein fehler entdeckt und wir legen mal direkt los ich bin nicht dein erstes mal was sollst du bist nicht mein letztes mal wir beide bleiben unter uns und wenn es sex ohne drohen kippe bombay ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht warum machst du so ich bin nicht Okay, bis jetzt hört sie sich das nur gut an, aber hört euch das nur bis zum Ende an. Und dann, und dann werde ich euch ganz genau sagen, wo der Fehler drin ist. Ich werde euch, guckt euch diese Frau nur an. Nur diese Frau, konzentriert euch nur auf diese Frau, okay? Ja, ich weiß, du musst morgen zur Arbeit, du bist heute mit mir. Nein, du brauchst heute keinen Euro, denn du bist heute mit mir. Baby, bitte komm, vergiss dein Freund, denn du bist heute mit mir, du bist heute mit mir. Jim Appel, Mohammed, sag, wer hat mich in Frage gestellt? Jim Appel, Mohammed, oder nur weil ich sag, was ich denk? Lita, sei mein Adriana Lima, du machst süchtig so wie Pipa. Wir treffen uns auf Molokko und Shisha. Ich schreib diese Strophen mit Blick auf die Champs-Elysées. Wenn's mir das nicht dabei, hab ich dir nie was getan. Immer noch jeden Tag schluss, wie du siehst. Immer taug wird, denn ich streck bis zum Ziel. C el es Babos, checkt UiB. Auf viele Kunden warten, test Kokain. Bam, bam, boom, meine Straße leh. So, nicht ganz bis Ende. Habt ihr einen Fehler bis jetzt entdeckt? Ihr sagt bestimmt, nein, ist doch kein Fehler drin. Aber guck mal, nach Despacito, guck mal die Frau ihren Mund an. Die singt gar nicht mit, guck jetzt. Guck. Habt ihr es gesehen? Guck mal, nochmal. Also, ich hab mir das Video ungefähr tausend Mal angeguckt. Und ich hab mich, also ich hab mich schon gefragt, wie kann man bei einem Cover Fehler machen? Hab ich mir schon gedacht. Okay, man sollte schon, man kann ja nicht perfekt sein, okay. Man sollte schon ein bisschen achten darauf, dass diese Covers immer gut ankommen. Und das ist ja auch gut angekommen. Die haben ja auch fast Millionen Klicks oder so, über Millionen Klicks oder so. Und dieses Lied ist auch sehr bekannt. Ich liebe das Lied selber auch. Deswegen wollte ich darauf einmal so reagieren. Und ja, dann würde ich mal sagen, ja, ihr habt diese Frau gesehen. Warte, ich will es nochmal gucken. Ich will es wirklich nochmal gucken. Guck mal, achtet mal ihren Mund jetzt. Ich kann jetzt, ihr denkt jetzt bestimmt, dass es an meiner Kamera oder so, dass das stottert oder so. Ihr könnt es auch original angucken. Also auf YouTube einfach eingeben. Und dann könnte ich es auch selber abchecken, wie die Frau so drauf ist. Ja, also wie, wie die ihren Mund nicht einfach bewegt. Es kann so, Freunde. Ähm, das, dann sag ich mal, das war auch mit dem Video. Das war es auch mit dem Video. Ähm, ja. Ich hoffe, äh, das Video hat euch gefallen und so, soweit wie gut. Und wenn ihr natürlich nochmal so welche Videos sehen wollt, dann gebt diesen Kanal ein. Daumen hoch. Also gebt diesen Like-Button eine Schelle. So, tsch, tsch, einmal links und rechts. Und, ähm, ja. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Peace out. Dann, bis zum nächsten Mal. So. Vielen Dank.